Prinz George befand sich im Alter von zehn Jahren dank seines bemerkenswerten Nettovermögens und seines beträchtlichen Erbes in einem außergewöhnlichen Reichtum. Als Zweiter in der Thronfolge stammt er aus einer zweifellos wohlhabenden Familie und seine Zukunft ist aufgrund seiner königlichen Position von großer Bedeutung. Trotz seines jungen Alters hat Prinz George bereits unauslöschliche Spuren hinterlassen und ein beeindruckendes Erbe mit einem geschätzten Nettovermögen von unglaublichen 2,9 Milliarden hinterlassen. Prinz George wurde am 22. Juli 2013 im St. Mary's Hospital in Paddington, London, geboren und erbte ein beträchtliches Anwesen von 133.000 Hektar Land in 23 Landkreisen im Vereinigten Königreich. Nach Berechnungen der Economic Times wurde der Wert dieses Landes im Jahr 2019 auf mehr als 0,83 Milliarden Pfund geschätzt. Nach britischem Recht erbt das älteste Kind des Monarchen den Besitz des Herzogtums Kornwohl, ein Immobilienportfolio. Während Prinz William als nächster in den Genuss der Einnahmen kommt, werden diese schließlich an seinen ältesten Sohn weitergegeben. Darüber hinaus erhält der Ältest die Sohn des Prinzen von Wales Zugang zu Geldern des Herzogtums Lancaster sowie zu Geldern aus dem von der Regierung bereitgestellten Sovereign-Grent. Das im 13. Jahrhundert gegründete Herzogtum Lancaster ist ein einzigartiges Portfolio an treuhänderisch verwalteten Grundstücken, Besitztümern und Vermögenswerten. Die Landgüter sind derzeit im Besitz seiner Majestät des Königs als Herzog von Lancaster und umfassen 44.748 Hektar Land in England und Wales, bestehend aus Gewerbe, Landwirtschafts- und Wohnimmobilien. Obwohl das aktuelle Nettovermögen der britischen Königsfamilie nicht öffentlich bekannt gegeben wurde, schätzt Forbes es auf rund 22 Milliarden. Diese Summe umfasst die Werte des Crown Estate, des Buckingham Palace, des Herzogtums Kornwohl, des Herzogtums Lancaster, des Kensington Palace und des Crown Estate Scotland. Der Reichtum von Prinz George war für Prinz Harry und Meghan ein Weckruf. In einem Interview äußerte Harry ein Gefühl der Dränglichkeit und träumte ein, dass er nur eine begrenzte Zeit habe, um der Welt seinen Stempel aufzudrücken, bevor Williams Kinder erwachsen werden und im Rampenlicht stehen. Es gibt Gerüchte, dass Harry gegenüber Kindern Eifersucht und Bitterkeit hegt und dass seine Beziehung zu seiner Nichte und seinen Neffen distanziert sein soll. Einige Palastmitarbeiter haben behauptet, dass Harry immer neidisch auf William, George und Charlotte gewesen sei und dass das Treffen mit Meghan seinen Wunsch nach Bestätigung und eine Ausstiegsstrategie aus der britischen Königsfamilie erfüllt habe.